Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin oder der gesamte Kryptomarkt ist komplett am durchdrehen. Bitcoin mittlerweile bei 27.400 US-Dollar. Wir kommen jetzt aber in sehr, sehr interessante Zonen, wo möglicherweise auch ein Short in Frage kommt. Welches Level das sein wird, das besprechen wir auf jeden Fall im heutigen Update-Video. Aber es ist unglaublich krank, was für Bewegungen wir sehen. Wir versuchen oder haben gestern mal kurz versucht, den Trend so wirklich zu brechen, haben es aber nicht geschafft. Deswegen habe ich gestern nochmal in die Gruppe geschrieben, the trend is your friend until the end. Nicht erstmal gegen den Trend, sag ich mal, wandern und irgendwie noch einen Short versuchen. Aber trotzdem kommen wir jetzt in sehr, sehr interessante Bereiche. Wie gesagt, welche das sind, das schauen wir uns im heutigen Video an Freunde. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Updates, auf noch mehr Trading-Setups oder Infos, dann kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, würde ich mich freuen, wenn ich da ein paar von euch drinnen sehe. Gut, und natürlich, wenn ihr irgendwelche Alt-Comments habt, auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Gut, jetzt würde ich aber sagen, direkt in die Chart-Analyse rein. Bitcoin, wie gesagt, bei 27.400 US-Dollar. Waren in der Spitze sogar bei 27.700 US-Dollar. Ich habe es, wie gesagt, gestern mal ganz kurz, wenn ich es jetzt mal aktualisieren würde, in die Telegram-Gruppe reingepostet. Und, wo haben wir es geschrieben? Ach, ein bisschen weiter oben auf jeden Fall, dass die 27.700 US-Dollar auf jeden Fall drin sind. Hier habe ich es geschrieben, die Ineffizienz lag einerseits bei den 27k. Das war so der erste Step, den wir ja hatten. Dann das 1.4er, glaube ich, FIP-Level und das 1.618er. Das sind jetzt die nächsten Zonen, beziehungsweise am 1.4, 1.4er sind wir jetzt momentan. Wer sich noch daran erinnern kann, ich gehe mal ganz kurz in den Daily-Time-Film, um euch das zu zeigen. Das ist die Bewegung von unserem 25k-Move bis runter zu den 19k. Und danach sind die FIP-Levels jetzt bestimmt. Und wir haben bis jetzt jedes FIP-Level sehr, sehr gut rausgenommen momentan. Man muss dazu sagen, ich habe ihn jetzt nicht drin, aber hier ist auch noch der 800er Daily. Also hier kommt jetzt so langsam ein bisschen die Stimmung auf. Brechen wir es. Dann ist es sogar möglich, dass wir Richtung 34k gehen. Kriegen wir jetzt hier eine Rejection rein, was meines Erachtens nach sogar das bessere Szenario wäre, um mal ein bisschen hier abzukühlen, den ganzen Kurs. Und dann Richtung 34k. Also wir sind jetzt gerade momentan echt in einer spannenden Phase, nicht nur auf Daily-Time-Films, sondern auch auf den kleineren Time-Films. Wie gesagt, das 1.618er, das war ja so dieses übergeordnete Ziel, was ich die letzten Tage immer mal wieder gesagt habe, dass das so das Maximum ist, was ich sehe. Jetzt haben wir Wochenende, CME-Gap bei 27.000 US-Dollar. Also wir könnten schon noch die 28.800 US-Dollar erreichen. Und das ist auch so momentan so ein bisschen der Bereich, wo ich dann überlegen würde, Short zu gehen. Zumindest mal, um eine kleinere, in Anführungszeichen, Korrektur zu sehen. Wo würde uns die hinbringen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wir gehen jetzt mal runter, ziehen uns mal das FIP bis hier hoch. Sollten wir da hochkommen, muss man natürlich dann wieder gegebenenfalls anpassen. Und dann würde das uns hier in den Bereich der 23.000 US-Dollar zurückbringen. Also zwischen 24.175. Und euch sagt der Widerstand vielleicht ein bisschen was. Man sieht es ja aus der Vergangenheit. Hier hatten wir unsere Probleme. Hier hatten wir unsere Probleme. Und natürlich das Golden Pocket, wo wir dann hier unseren Abverkauf hatten. Und dann hier die Probleme hatten. Also es ist schon ziemlich viel Konfluenz. Klar, es würde, ich sage jetzt mal, nächste Woche einen ordentlichen Crash geben. Wir sprechen hier von 20%. Aber wir sind halt jetzt auch innerhalb kürzester Zeit knapp 50% gestiegen. Das müssen wir auch mal so ein bisschen nebenbei dazu sagen. 50% einfach krass. Innerhalb kürzester Zeit. hat natürlich auch damit zu tun, dass die FED wie blöde mal wieder Geld druckt. Aber da steht ja noch ein bisschen mehr hintendran mit Bankenkrise und sowas. Also wir sollten noch nicht zu euphorisch sein. Egal, welche Kurse ich euch hier jetzt gerade momentan zumindest ein bisschen andeute. Aber die Shorts für die 28k sind auf jeden Fall da. Trotzdem überlege ich schon langsam, aber sicher mir einen kleinen Short aufzubauen. Ich habe ja gestern noch von einem Long-Setup hier gesprochen bei den 25.000 knapp. Wurde leider nicht abgeholt. Und trotzdem sind viele Long gegangen und vor allem, was wichtig war gestern, haben eigentlich zu wenig darauf geachtet. Wir hatten ja hier gestern nochmal diesen Retest. Das war so dieses Ding, wo ich gestern nochmal reingegangen bin oder reingehüpft bin mit einem relativ tighten Stop-Loss. Wo aber dann viele auch gesagt haben, okay, Rallye vorbei. Aber, und das ist so dieser ganz, ganz wichtige Punkt, wir hatten keinen Marktstrukturbruch. Das heißt, wir sind nicht unter diesem Tief hier geblieben. Man sieht hier den Wig. Wig ist schön und gut. Aber der 4-Stunden-Close war genau über diesen High. Und das dreimal. Und dann gab es eben nochmal diesen Push gestern Abend in Richtung 27.700 US-Dollar. Das heißt, momentan spricht hier wenig für einen Short, bis auf eben, dass wir eine Bearish Divergence haben im 4-Stunden-Timeframe. Und wir schauen uns das Ganze auch nochmal ganz kurz auf dem 1-Stunden-Timeframe an. Auch hier haben wir so langsam aber sicher eine Bearish Divergence. Was ich mir hier aber jedoch nochmal wünschen würde, wäre nochmal die Liquidität hier oben drüber abholen. Das heißt, nochmal so ein Wig in die Region um 27.760 US-Dollar. Und dann kommt es halt wieder darauf an. Nicht diesen gleichen Fehler machen, den viele gestern möglicherweise gemacht haben. Denn auch hier hatten wir ein Wig drüber, aber einen Stunden-Close. Und das war für mich eher das Zeichen, nee, hier möchte ich nicht Short gehen. Weil normalerweise will ich Short gehen, wenn die Liquidität nach oben hin abgefischt wird. Das heißt, wenn wir nur ein Wig drüber haben, drunter schließen, das ist für mich dann eher so ein bisschen das Abfahrtssignal. Und dann auch eher so auf dem 4-Stunden-Timeframe. Und das hatten wir hier auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Guckt euch diese 4-Stunden-Candle an, guckt euch diesen Impuls nach oben an. Wir sind drüber geschlossen, sogar die nächste Candle. Klar ging es da nochmal runter, mit einem 4-Stunden-Retest auf diesem ehemaligen High, was ja vorher rausgenommen werden musste. Aber es war mir einfach zu wenig, um hier Short zu gehen. Deswegen hier nochmal die Longest und abgeholt. Die ist jetzt aber auch mittlerweile zu 75% zu. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen laufen. Und ja, deswegen warte ich jetzt auch nochmal. Ich gehe momentan nach jetzigem Stand erst einmal Short hier oben, bei eben diesen 27.760 US-Dollar. Aber da kommt es dann auch so ein bisschen auf die Struktur an. Sollten wir hier einfach wieder drüber schließen mit viel Volumen, ja, dann gehe ich hier einfach nicht Short. Deswegen keine Limit-Orders, weil dann sehe ich hier wirklich diese 28.800 US-Dollar. Und hier oben, dort würde ich dann wahrscheinlich ein bisschen aggressiver Short gehen. Aufgrund Wochenende, aufgrund CME-Gap und sowas, müssen wir uns dann aber, wie gesagt, die Struktur angucken. Und eine Korrektur wäre dann meines Erachtens nach mindestens bis 25.000 US-Dollar möglich, wenn nicht sogar eben diese gerade angesprochenen 23.000 bis 24.000 US-Dollar. Das sind jetzt so mal ein bisschen die nächsten Zonen. Ist zwar jetzt auch ein bisschen früh, jetzt hier von einer Korrektur zu sprechen, aber mindestens 25k wäre wünschenswert. Und wir hätten dann immer noch eine Aufwärtsbewegung. Also wir hätten dann den ersten Impuls, dann eben diese kleine Korrektur, auch so ein bisschen nach Hybrid-System, Traders Reality. Nächster Push nach oben, nochmal runter hier die Korrektur, vielleicht kein Lower Low, das heißt auch die 25k, mal ein bisschen hier festschreiben und dann möglicherweise Richtung 34.000 US-Dollar. Das wäre aber jetzt dann momentan so ein bisschen mein Ultimo, das 2618er. 40k sehe ich momentan nicht und dann möglicherweise eben diese größere Korrektur. Also wo die uns dann hinführt, müssen wir gucken. Ist wie gesagt noch ein bisschen zu früh. Aber momentan sind die Märkte einfach komplett am Durchdrehen. Nicht nur Bitcoin, sondern auch Gold. Gold hat gestern Close bei 1988 US-Dollar gemacht. Und Gold, müsst ihr euch immer mal so ein bisschen überlegen, Gold braucht eine Menge Market Cap, eine Menge Volumen, also eine Menge Kohle, die hier in den Markt fließen muss, um überhaupt bewegt zu werden. Also für mich alles ein bisschen so ein bisschen suspekt, was jetzt gerade so ein bisschen im Hintergrund abläuft. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wo ich an anderer Stelle nochmal ein bisschen beurteilen werde. So, jetzt kommen wir auch zu Ethereum. Sorry, dass es jetzt ein bisschen ausführlicher war, aber da gab es doch ein bisschen einige Sachen zu besprechen. Ethereum, erstmal hier oben unseren Short-Bereich abgeholt. Wie gesagt, ich bin noch nicht in einem Short. Das werde ich mir jetzt auch erstmal noch ein bisschen verkneifen, denn auch hier haben wir noch einen ordentlichen Wig hier oben zu füllen bei den 1831 US-Dollar. Das heißt, wir können unser Setup hier ein bisschen verschieben, haben dann nur noch 3,5% Risk. Aber auch hier seht ihr gerade bei Ethereum, um das mal ein bisschen im Daily-Timeframe ein bisschen genauer auszuerläutern, wir sind jetzt hier oben an dieser Daily-Supply-Zone. Und das war so dieses übergeordnete Ziel, wo wir auch drüber gesprochen haben, diese Daily-Supply-Zone hier oben, mit eben nochmal dieser Liquidität, die hier oben bis ungefähr 1880 US-Dollar liegt. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir hier auch noch Richtung 1880 US-Dollar steigen, ist nicht unwahrscheinlich. Würde dann zu Bitcoin, zu den 28,8 passen. Also auch hier spricht momentan nach jetzigem Stand erstmal noch nichts für Short. Da müssen wir wirklich dann die kleineren Zeiteinheiten abwarten, die kleineren Strukturen. Was bildet sich da? Klar, auf Daily erstmal eine Bearish Divergence. Ist jetzt aber nicht verwunderlich. Müssen wir jetzt erstmal abwarten, würde ich jetzt auch noch nicht zu hoch gewichten. Deswegen geht es wieder runter in die kleineren Timeframes. 4 Stunden, aha, auch Bearish Divergence, aber guckt euch diesen Close an. Auch hier 4 Stunden Close. Haben wir mittlerweile 3 über diesen ehemaligen Widerstand hier gehabt. Also auch ein wichtiges Zeichen. Wir haben Ineffizienzen rausgenommen, ohne Probleme. Wir haben jetzt die da oben erstmal rausgenommen, aber noch keinen Close darüber bekommen. Also das könnte jetzt so das erste Zeichen für ein bisschen Schwäche sein. Diese 1818er Region würde aber, wie gesagt, erst über diesen Top hier oben bei den 1831 US-Dollar erst einmal shorten. Würde ich aber jetzt erstmal, wie gesagt, ein bisschen abwarten. Wir haben hier oben noch, ihr seht es hier ein bisschen aus der Vergangenheit, noch eine Menge Liquidität, eben bis zu diesen 1880 US-Dollar. Deswegen überlege ich eher, dieses Setup sogar hier oben in die 1870er Region zu starten. Und dann haben wir nur noch 1,41% Risk oder müssten sogar hier in die Region um 1956. Aber wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Da spiele ich gerade ein bisschen rum. Je nachdem, was uns der Markt bringt, dann wären es nämlich schon wieder 5%. Also wie gesagt, ich würde momentan Step 1 überhaupt nicht shorten. Lasst die Finger vom Short-Hebel. Wir haben momentan Abtrend, klar, die Bearish Divergence, schön und gut, die hatten wir aber gestern auch schon. Und jeder hat short geschrien. Also lasst die Finger vom Short-Hebel erst einmal. Wir haben Wochenende, das ist Punkt 2. Das heißt, Wochenende können die Märkte noch mal ein bisschen mehr gepumpt werden, mit weniger Liquidität. Das kommt auch noch dazu. Und Punkt 3, wir haben noch ein bisschen was oben zu fischen. Wir haben noch ein bisschen Aufwärtspotenzial. Und das Risk ist einfach persönlich für mich, wenn ihr jetzt shorten würdet, müsstet ihr einfach euren Stop-Loss in Richtung 29k legen. Das sind 1600 Dollar. Finger weglassen. Ethereum, ein bisschen leichter, meines Erachtens nach, zu shorten. Aber auch hier haben wir noch zu viel Luft nach oben hin. Deswegen genießt von mir aus das Wochenende. Chillt ein bisschen. Guckt nicht zu viel auf die Kurse. Genießt vielleicht die steigenden Kurse, nehmt ein paar Profite. Und wichtiger sind, glaube ich, momentan ein bisschen so die Altcoins im Blick zu halten. Sollten wir jetzt hier konsolidieren, könnte das so eine kleine Altcoin-Rallye führen. Das sind jetzt nur mal so ein bisschen meine Gedanken. Wie gesagt, auch hier die Bearish Divergence würde ich jetzt nicht zu ernst nehmen. Auch hier könnten wir sagen, erster Push. Zweiter Push jetzt hier hoch. Korrektur. Die Frage ist, gehen wir erst noch ein bisschen höher, bis die 1880 über das Wochenende. Dann Korrektur, vielleicht bis 1650. Und dann der nächste Step vielleicht Richtung 2000 US-Dollar. Du, momentan ist wirklich alles möglich. Wie gesagt, ich wette momentan einfach nicht auf Short. Das Risiko, mir momentan hier irgendwie die Finger zu verbrennen, ist einfach zu hoch. Und das würde ich euch momentan auch raten. Genießt das Wochenende. Genießt steigende Kurse, nehmt vielleicht ein bisschen was mit. Aber Short, no brainer momentan. Gut, dann würde ich sagen, noch ganz kurz zu den News. Fed Reserve vernichtet im Handrunden drehen 4 Monate Arbeit. Das ist es, was ich am Anfang vom Video gesagt habe. Die Fed vernichtet in 12 Monaten 600 Milliarden US-Dollar und druckt innerhalb einer Woche 300 Milliarden. Und die Frage ist, wie geht es weiter? JP Morgan meint, 2,2 Billionen könnten in den Markt fließen. Gold steigt. Also ganz ehrlich, wenn da keine Hyperinflation draus werden sollte. Und ich weiß nicht, wer mein Video damals, ich glaube Ende des Jahres habe ich das nochmal hochgeladen, so mein Ausblick für die nächsten Monate, wo ich gesagt habe, wir hatten in der Vergangenheit immer zwei Inflationspeaks. Immer zwei, bis da ein wirklicher Crash, ein Währungscrash stattgefunden hat oder ein Währungstausch. Könnt ihr einfach mal in die Geschichte reingehen. Egal welche Jahrzehnte, ich glaube ihr könnt da bis ins Jahr 400, 500 zurückgehen. Es gab immer fast zwei, wenn nicht sogar drei Inflationspeaks. Und diese 2,2 Billionen US-Dollar, die in den Markt fließen, könnten diesen zweiten Inflationspeak mit einer möglichen Hyperinflation auslösen, um dann CBDCs oder Bitcoin ins Rollen zu bringen. Denkt mal drüber nach. Ich glaube, das waren sehr, sehr gute Schlussworte von mir. Und damit würde ich euch erst einmal ins Wochenende entlassen. Wir hören uns dann heute Nachmittag nochmal wieder zum Marktausblick. Auch sehr, sehr spannend. Was machen die Märkte nächste Woche? Also kann ich euch nur empfehlen, später auf dem Kanal vorbeizuschauen. Like da lassen, Abo da lassen. Und ja, wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Jo, kommt noch in die Telegram-Gruppe. Das war's von mir. Und checkt meinen Partner BingX ab. So ein bisschen kleine Werbung darf ja auch am Rande sein. Das war's von mir. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.